Gerade noch ein neues Questbook machen, aber ich habe gerade einen String dabei. Kinsey trägt Strings. Zwei sogar. Hallo und herzlich willkommen zu Sky-Solated Folge 48 und wir sind nah dran Learning to Skyblock abzuschließen. Lennotoker pennt im Bett. Der ist natürlich auch dabei mit seiner Holzrüstung. Der Holzmichel. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Nein. So, ich bin letzte Folge gestorben. Ich brauche eine Plat... Ah ja, ich habe übrigens noch gute News für dich. Bleib mal da stehen, bleib mal da stehen, bleib mal da stehen. Ja? Das müsste dir sein. Das müsste dir sein. Das müsste dir sein. Sword of Splintering. Okay, dankeschön. Und hier hast du noch eine kleine Extra-Zugabe. Der Tokas Untergang ist weg. Ja, das ist aber alles, was noch da gelegen hat. Ich habe mich so lange begleitet. Mehr war leider nicht mehr da. Aber wieso... Ja, ich habe mich auch gewundert. Wieso existieren die Items noch? Ich bin doch nicht oben gestorben, ich bin runtergefallen. Ja, ich war ja unten. Achso, nee, nee, das ist nicht das vom Runterfallen, sondern da sind die Items aus dem Nether. Achso. Ich habe auch gedacht, es kann doch nicht sein, dass die immer noch da liegen, aber da haben echt teilweise noch Items gelegen. Ja, cool. Ist ja witzig. Wie witzig. So, Watering Can müsste jetzt Wasser drin sein. Ja, gut. Dann gehe ich mal ein paar Bäumchen gießen, damit wir auch genügend Sludge haben zum Abfüllen. Habe ich den Eimer natürlich jetzt auch verloren. Dann muss ich nochmal drei Iron abfüllen. Das mache ich jetzt zuerst. Abfüllen? Abfüllen, ja. Haben wir denn hier Iron drin? Wir haben noch genau... Äh, drei Iron. Dann ist Iron leer. Da müssen wir nochmal wieder aus dem Autopacker was holen. Ist schon noch Iron drin? Oh. Im Packer, ja. Ah, okay. Im Packer, Hacker. Dann kannst du jetzt eigentlich meinen Inventar wieder auffüllen. Weißt du, was der größte Verlust ist? Verdammt. Der Diamond Hammer. Oh ja, das ist allerdings wahr. Oh. Jetzt hatte er noch ein paar Millibuckets Iron da drin. Ist natürlich doof. Dann muss ich den Casting-Telby jetzt einmal abbauen. Ja, deswegen habe ich extra schon einen Block drunter gebaut. Ja, super gemacht. Arrivederci. Gut, das Problem wäre nicht, einen neuen Diamond Hammer zu machen. Aber der hat halt kein Fortune drauf. Ne, das ist... Naja. The Cuck. Der hatte... Doch, hatte er. Doch, der hat Fortune 3 drauf gehabt. Oh man, es tut mir so leid. Ich fühle mich so schuldig an deinem Tod. Ne, ist ja nicht schlimm. Ne, ist ja nicht schlimm. Doch. Ich habe aber auch... Ich war auch selber ein bisschen blöd. Hast du euch dann die Herzen auch noch im Inventar? Ja, stimmt. Ne, ne, die habe ich vorhin weggepackt. Ne, die habe... Ich hatte gar nicht so viel Inventar. Aber ich stand halt hier. Guck mal auf Karte, ne? Aber die Herzen hast du nicht in die Strongbox drauf. gemacht, denn da sind keine. Dann hatte ich sie vielleicht doch noch dabei. Das kann sein. Ähm, jedenfalls stand ich hier. Wenn du mal auf Karte guckst. War auch ein bisschen selber schuld. Wurde von hinten angegriffen. Oh, von hinten? Ja, von hinten. Hab gebrannt. Hab Panik bekommen. Und bin nach vorne gelaufen. Wo natürlich schön überall Rand ist. Äh, irgendwie... War ein bisschen auch selber schuld. Ich kann die Quests mit, ähm... Visit the Nether immer noch nicht abgeben. Warum? Das weiß ich nicht. Kannst du die abgeben? Muss ich das Questbook mitbekommen? Muss gerade noch ein neues Questbook machen. Aber ich habe gerade einen String dabei. Hehe. Kinsey trägt Strings. Hahaha. Zwei sogar. Äh, learning the skyblock. 80%. Two quests with unclaimed rewards. We must go deeper. Claim reward. Achso, ja. Das habe ich. Gut. Ähm. Highway to hell. Genau. The Nether. Nether Portal. Wrong Dimension. Ach, vielleicht musst du die abgeben, wenn du im Nether bist. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich bin gerade drin. Und kann es immer noch nicht... Ah, 14 Meter away. Okay, ich muss an einem bestimmten Punkt. Ja, dann bau mal den Bunker aus, ne? Jep. Äh, ich mache mir mal einen Marker. 149, 60, 185. Ingame Points. New Way Points. New Way Point. 149. Kannst du mir gerade den Punkt mal nochmal vorlesen? Ähm, ja. Moment. Äh, Highway to hell. Minus 149, 60, 185. 60, 185. Okay. Done. Latest Death kann ich mal löschen. 2000 Slutsch drin. Ich habe mir den Eimer noch nicht fertig gemacht. Muss ich nochmal kurz an den Crafting Table. So, wo ist die... Boah, der Punkt ist ultra weit weg. Alter. Der Punkt ist ultra weit weg. Ne, ne? Doch. Ja, dann komme ich dir gleich zur Hilfe. Ja, ne, das kannst du vergessen. Ja, wir müssen das machen. Haben wir noch einen Flugdrang? Ne. Also ich habe meinen verloren. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwo hatten wir da noch. Ah, ich glaube in meiner Dreckkiste könnte noch einer sein. Ich gucke mal gerade rein. Dann ordne ich mal kurz deine Dreckkiste und... Wo ist das auch so zuzern? Potion Flashed, Swings Left, Blood Magic Alchemie, was ist das? Swings? Was heißt Swings? Potion Flashed 1729... Light. Light, da ist sie noch. Sehr schön. Dann viel Glück, ne? Viel, viel Glück. Solltest du für dir vielleicht erst eine bessere Rüstung machen, mach dir ruhig ein paar Diamant-Rüstungsteile. Ne, so kapp ist. Muss nur kurz dahin. Deine Potion ist weg, wenn du einmal verlierst. Wenn du jetzt drauf gehst. Ja, ich weiß. Hat der nicht genug Saplings? Das kann doch nicht sein. Der hat keine Saplings mehr. Uiui. Der Planter, warum? Weil du unten wahrscheinlich wieder den Haken angemacht hast, den ganzen Stack verbrauchen. Wo, im Planter? Ja, da gibt es einen Haken, wo du den ganzen Stack... Ne, Consumstack ist auf. Dann kann er eigentlich nicht alle verbrauchen. Wo sind die denn dann? Sind die etwa... Ne, in der... Ähm... In der... Äh, was ist das denn? Ah, das ist aber doof. Tests sind die nicht hier. Ich glaube, wenn man durchs Portal geht, verschwinden die Zustände, oder? Weiß ich nicht. Ne, verschwinden sie nicht. Aber... Okay. Wie kann das sein? Boah, ey, geht mir grad die Pumpe, ne? Das ist die Saplings allergen. Geht mir grad die Pumpe hier. Ich fliege quasi mit ner Holzrüstung durch den Nether, wo... ...Gasts rumfliegen und... ...Magma Slime und alles. Boah, Alter. 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 Uuuh. Komm, komm wieder raus. Ich hab ne Potion of Regeneration und zwei Gealing Potions. Ja, hab ich auch. Ja, die kannst du dann aber meine noch dazunehmen. Hmm. Ich hoffe jetzt, dass das da gereicht hat. Grad mal irgendwo safe machen. Immer noch nicht. 80 Meter away. Warum? Warum ist das immer noch so weit weg? Muss ich weiter hoch? Ja, ich... Ah, ich muss weiter hoch. Hm. Wie komm ich denn da weiter hoch? Ähm... Ach ja, erst mal ein Sludge machen. Aber trotzdem, irgendwas stimmt mit den Saplings nicht. Ist es vielleicht doch, wenn man Share Leaves anmacht, dass er weniger Saplings bekommt? Also, Safe Leaves hier, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Oh, ich hab ein Sludge Bucket. Sehr gut. Hab ich mir direkt aus dem Dings geholt. Das war die Quest. Sludge. Sludge. Manual Detect. Und dann haben wir Ender Lily Seeds. Was sind das denn? Oder soll ich Tomato nehmen? Ich kann mich hier gerade äußerst schlecht auf dein Gebrabbel konzentrieren. Ist okay. Ja, gut, dann mach ich ein Thin Upgrade. Müsste mich quasi 80 Meter nach oben buddeln. Durch Nether Rack. Na toll. Und ich hab natürlich alles zu Hause gelassen. Das hast du gut gemacht. Dann schlag mal mit der Hand zu. Ja, kann ich vergessen. Ach, es muss doch irgendwo hochgehen. Das kannst du schon. Das geht. Das dauert halt mal. Ähm, dann überprüfe ich mal die Holzkiste. Speichert der jetzt kein Holz? Fick dich, ey. Speichert der kein Holz? Wieso speichert der kein Holz? Er jagt der etwa alles in die Leitung? Kann das sein? Ähm. Ungut. Verdammt. Ich hab mir keinen Marker bei das Portal gemacht. Das ist ungut. Also das mit dem Harvester und alles, das funktioniert irgendwie grad nicht so ganz. Keine Saplings. Und vielleicht? Ich, äh, find das Portal nicht mehr. Ähm. Ja. Kannst du, äh, kurz ins Nether gehen und da einen Wegmarker für die Gruppe setzen? Wie setz' ich denn für die Gruppe Wegmarker? Musst du mir ne, musst du mir ne Menü gleich gucken. Ich kann's dir nicht so aus, äh, aus, äh, aus, aus, aus dem Stehgreif sagen. Fack. Na, auf jeden Fall irgendwo unten. Und, ähm, ähm, Controls, Waypoints, New Waypoint. Ja. Ähm, Nether, ja. Enable on. Waypoint home. Oder Portal. Ja, ich muss den ja auch sehen, sonst bringt's nix. Und dann, und dann hab ich hier Options. Death Points, Most Recent, Maximum Distance, 1000. Edit? Nee, ich kann ich nicht für die Gruppe setzen. Irgendwie ging das doch. Fuck. Sag mir, sag mir einfach mal die Koordinaten vom Portal. Ähm. Scheiße. Ähm, 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 minus 135, 184, 59. Minus 134? 35, ja. 35. Ähm. Scheiße, Sackgasse. Die, äh, Koordinaten brauch ich übrigens wahrscheinlich noch mehrmals. Ja, ich hab die ja jetzt in meinem Waypoint-Menü. Ich kann also wieder raus. 134. Also minus 134. Und der zweite war? Ähm. Wieso ist der Waypoint weg? Achso, ich muss... Äh, ich muss die vom Nether anzeigen lassen. Mach das denn jetzt nochmal? Ja. In-game Waypoints. Both of Beacons. Was sind Beacons? Signs? Nein, das ist... Signs? Ähm, das ist keine Ahnung. Location, Takt, 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 Takt. In, äh... Ah, doof. Da muss ich doch wieder rein. Lass zur Zeit. Ja, ist okay. Ich bin hier in einer sehr freundlichen Umgebung. Ja, das ist schön. Ähm, minus... Ich schreibe mir das gerade mal auf. Minus 135, 184 und 59. 135 schon. Wie war der zweite? 184. 184. Also 134, minus 134 und 184. 184, ja. 135, aber ist ja egal. So, ist er fertig. Alter. Ich hör dich. Soll ich dir aufmachen? Du bist ja in der Nähe. Alter, ich seh dich. Ich seh dich. Ja, ich hab dich auch gesehen. Soll ich dir aufmachen? Wie aufmachen? Nein. Ich kann fliegen. Ach, du kannst ja von oben rein. Stimmt. Ich geh wieder raus. Ich fühl mich ja nicht safe. Ja, merci auch. Oh, ich glaub hier ist es. Aber die Quest hast du oder was? Nein. Nein. Fuck, kurz ist es jetzt. Warum bist du jetzt rausgegangen? Ach so. Oh, hier ist es. Ist gut. Ich dachte du hast ja alles unter Patrolle jetzt. Ich muss da voll viel Netherrack abbauen. Ich muss mich quasi senkrecht nach oben bauen. Ja, dann nimm eine Pickaxe mit. Ja, leichter gesagt als getan. Warum ist da ein Zombie? Ach, der ist auf dem Baum wieder. Ich geh schlafen. Repair Material. Wooden. Habe ich natürlich nicht mehr sonderlich viel Flugfähigkeiten. Das ist kacke. Das wäre ein schöner Morgen. Ja, total. Oha. Der Sludge Tank ist voll, ey. Krasse Scheiße. Was? Wieso? Hör auf. Lass das. Ach, der Sludge Tank ist toll, weil er nicht ab... Toll. Der ist voll, weil er nicht abpumpt. Alles klar, mein Branch ist weg. Ich brauch nochmal kurz Quarz. Quarz. So, probieren wir das Ganze noch nochmal. Das ist echt mein Asozial. Äh, Quarz. Quarz. Pulverized Silver, oder ist das? Fulverized Platinum. Quarz Dust. Was ist das? Nether Quarz haben wir ja auch. New Waypoints. Portal. Oh, zum Beispiel. Okay. Dann auch ein neues. Wie viel... Ach, ich kann nur noch zweimal trinken. Woher habe ich denn jetzt eine Flux-Infused-Zickel? Ach, eine Quest-Beser gelungen. Aber ich kann nicht mit der Spitz-AG das ne? Direct abbauen, aber... Boah, da können ja auch noch Hellfishs raus spawnen. Oh, Mann. Hm. Ich packe meine Potions mal in meine Dreckkiste. Aber die müssten eigentlich runterplumpsen. Broken Iron Orkern raus. Alter. Okay, das ist natürlich völlig sinnfrei. Gut, den Rest lasse ich nochmal drin. Keine Lust zu... Warte mal, ich habe eine Spitz-Hacke. Äh, jetzt habe ich die... Oh, was habe ich denn jetzt? Ich habe eine Spitz-Hacke, die du mit Nether-Rack... Hatte ich jedenfalls mal. Wurden... Nether-Rack. Willst du die mithaben? Die kannst du mit Nether-Rack... Nee, ich bin schon lang drin. Und ich kann nicht mehr zurück, weil sonst komme ich nicht mehr bis dahin. Na gut. Alles klar. Ist okay, ist okay. 65 Meter noch. Ey, ich halte nichts mehr aus. Ist das so ein asoziales Pletzt, ne? Muss ich ja sagen, wie es ist. Nein! Bedroff. Was zur Hölle? Wie soll ich denn da noch aufkommen? Wie, du kommst da nicht durch? Hä? Das... Warum habe ich den Waypoint falsch abgeguckt? 185 ist die letzte Zahl. 149? 60? Stimmt. Aber... Ey, was ist denn das für ein Kack? Das ist aber jetzt sehr, sehr, sehr selten. Ja, das ist total uncool. Was ist denn das für ein Mist? Toll. Ich muss zurück. Hat keinen Sinn. Ich habe nur noch einen... Swing... Eine Nutzung von meinem Trank... Übrig. Und wenn ich jetzt nicht zurückfliege, dann sterbe ich. Hm. Ah, da ist es. Fuck ey, wie soll ich denn da durch das Bedrock kommen, ey? Keine Ahnung. Oh, Leute ey, Leute, Leute, Leute. Bevor ich das mit den Saplings mache, werde ich jetzt erst einmal ein Tin Upgrade benutzen. Aber für den Harvester brauche ich ein anderes Upgrade, der muss nämlich... Fünf-Felder-Weit. Der Tin Upgrade reicht für den Planter. Oh. Es geht drei Felder, okay. Ja, das ist jetzt... Ähm... Also, wir werden die Potion Marsch auch wieder zurück. Zack. Also Tin, Raw Plastics, zwei Redstone und ein... Was? Golden... Golden Nugget war das. Gut, Redstone haben wir sieben. Nehme ich mal alles. Ich habe hier auch noch einen Copper Beach Sapling. Mal gucken, was der bringt. Den pflanze ich hier hinten in den einen Erdblock mal. Dann gieße ich ihn direkt. Ich will wissen, was das ist. Oh, Mann, das da, das fuchst mich jetzt. Glaubst du mir das? Ähm, ja, das ist ja auch dann nicht möglich, dass wir Learning to Skyblock abschließen. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das da machen können. Google hilft. Google hilft. Ja, aber... Ja. Ist halt trotzdem irgendwie blöd. Extrem. Machen wir mal ein bisschen Limestone. Ich brauche noch eine Plattform. Wie viel Wasser brauchen, ja. Ach, komm, egal. Ärgert mich ärgerlich. Das mit dem Planter finde ich sehr seltsam. Wie sü? Ähm, ja, die, 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 ähm... Saplings sind alle weg. Glaube eher, dass du irgendwas mit diesen Servos falsch eingestellt hast. Weil wenn der, äh, wenn der Planter steht auf nicht den ganzen Stack konsumieren, kann der eigentlich nicht den ganzen Stack konsumieren. Ja, ich guck grad, wo haben wir denn hier noch Servos? Da ist ein Servo drin. Was ist mit der Whitelist? Ne, ich hab da... Da müssten ja... Ich versteh das nicht. Da ist auch noch ein Servo drin. Der lässt auch keine durch. Und die sind ja auch nirgendwo. Die sind ja nirgend... Vielleicht muss ich die Sachen doch auf die Whitelist packen. Raugboot und Rubberboot lässt er durch. Alles klar, alles. 10, 17, 18, 19, 20. So, okay. Hast du eine Idee, was hier los sein könnte? Nein, keine Ahnung. Da muss ich gleich mal in Ruhe gucken. Da ist jetzt noch ein Oak Sapling drin und den pflanzt er auch nicht. Der Harvester sagt Sheer Leaves, yes. Vielleicht sollte ich das mal ausstellen. Ich stelle das mal aus und gucke, ob ich dann wieder Saplings bekomme. Aber lang probieren brauchst du eigentlich auch schon nicht mehr. Nein, hör auf. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Wir sind jetzt bei 21,5 Minuten. Wir haben auch nur noch vier Oak Saplings. Insgesamt in der ganzen Welt. Das ist nicht so viel. Einen spare ich zur Not auf. Den pflanze ich dahin, wo jetzt der Rubberwood Tree ist. zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komplente Arbeiter, was ist los mit dem? Äh, noch 45 Sekunden. Also du könntest die Abmeldung eigentlich anfangen. Komisch. Planter arbeitet auch nicht richtig. Noch 30 Sekunden? Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das Problem mit dem Harvester kriegen wir bestimmt nicht. Das ist auch wieder mit dem Planter und Harvester hier. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Sky Solated Folge 49 ist nächstes Mal. Ja, genau. Abonnieren, Like nicht vergessen. Sehr cool. Tschüss. Ciao.